Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück zu Monkey Island 2 mit mir, eurem Retro-Floppy und der... Floppine. Hallöchen. Ja, wir haben in der letzten Folge, äh, ja, in der letzten Folge wurde Wally entführt und den müssen wir jetzt retten. Wally. Dafür gehen wir erstmal nochmal zurück zur Voodoo-Lady, der du gleich freundlicherweise deine Stimmeleien tust. Denn was tut man nicht so alles? Wenn man was tut, dann tut man was. Dann wird getutet. Und nachts ist egal. Ja, ich verschwende keine Zeit. Ich komm nicht mehr. Dein Schicksal ist nur in deinem Leben. Ah, da hast du mal wieder viel zu lesen. Das war echt viel Arbeit, ja. Okay, dann kannst du ja jetzt wieder zurück an die Playstation. Ist gut. Floppine ist nicht momentan süchtig nach einem anderen Spiel. Ja, sie hat... Sie hat Dreamlight Wally für sich entdeckt. Ja, geh. Wenn ich dich wieder brauche, rufe ich dich für die Nachbearbeitung. Dann sprechen wir das einfach dann, ja... Was haben wir da für eine Kiste? Schau mal an Kiste. An den Geisterpiraten LeChuck. LeChucks Trauminsel und Ferienlager. Inhalt verschiedenes Voodoo-Zerubehör. Okay, das öffnen wir mal. Und dann geh wieder rein. Benutzt du die Kiste. Ich glaube, da drin bewegt sich was. Hey Rich, ich könnte ja etwas Hilfe gebrauchen. Sieht wie wieder eine Lieferung lebender Schlangen aus. Hört sich auch so an. Na dann, erst mal rauf auf die Ladefläche. Teil 3 LeChucks Festung In der schmalen Kiste mit Voodoo-Zitaten... In der schmalen Kiste mit Voodoo-Zutaten, die für die nächsten 5 Tage und Nächte sein Zuhause ist, muss Guybrush Fledermauslung und Aalblasen essen, um am Leben zu bleiben. Mh, Aalblasen. Lecker! Schließlich werden Guybrush und der Rest des schleimigen Inhalts an die Haustür des grausamsten Piraten der Karibik. Egal ob lebend oder tot geliefert. Dem Geisterpiraten LeChuck. Ah, LeChucks Nachschub an Voodoo-Zutaten. Also normalerweise stellen wir hier draußen nicht mehr zu. Wollt ihr etwa Trinkgeld? Nun, wir dachten, weil... Falsch gedacht! LeChuck gibt keine Trinkgelder. Bäh. Was für ein Geizkragen. Ich hasse Schlangen. Okay, wir öffnen mal da die Tüte mit Voodoo-Zubehör. Lass mal sehen. Da sind ein paar Streichhölzer drin. Und etwas, auf dem Liebesbombe geschrieben steht. Okay, wir schauen uns hier mal um. Das sieht ja alles sehr kuschelig aus in LeChucks-Festung. Sehr romantisch. Ein wahres Inselparadies. Da macht man doch gern seine Flitterwochen. Wobei, ich bin ja eher... Ich mag ja Blood Island aus dem dritten Teil. Blood Island ist echt toll. Okay, was gibt's hier? Gehe zu Tunnel. Da gehen wir erst mal zum Tunnel hin. Hässliches Knochen-Ding. Okay, dafür brauchen wir gleich den Song. Aber ich gehe erst mal zum... Was haben wir hier? Okay, noch mehr hässliche Knochen-Dinger. Wir gehen hier erst mal durch. Irgendwo hier hinten ist nämlich... Wally. Und wir müssen ja mit Wally reden und Wally befreien. Jetzt mein Mikro an. Ja, mein Mikro ist an. Ich war gerade wieder verunsichert, weil... ...der Pegel nicht aufgeschlagen hat. Aber jetzt schlägt er wieder aus. Und wir laufen und wir laufen und wir laufen. Uiuiui, das zieht sich, das zieht sich. Okay, dann ist das vielleicht der falsche Weg. Müssen wir nach links. Irgendwo war Wally. Versandkiste. Öffne Versandkiste. Schau an Versandkiste. Sie ist voll mit Voodoo-Krempel. Okay, dann... ...müsst ihr doch mal gucken, dass wir mit dem Song... Die haben wir irgendwie aufgeschrieben, glaube ich. Öffne Umschlag. Öffne Umschlag. Aber den Songtext. Schau an. Bespuckt das Papier. Okay. Schau an. Bespuckt das Papier. Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüft... Jetzt bräuchte ich mein Handy, damit ich das... Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der Hüftknochen hängt am Arm. Also Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der Beinknochen hängt am Hüftknochen. Der da. Drücke. Knochen-Ding. Geh durch. Schau an. Brustknochen hängt am Beinknochen. Beinknochen hängt am Hüftknochen. Hüftknochen hängt am Kopfknochen. Brustknochen hängt am Beinknochen. Okay. Das könnte der da sein. Da gab es auch einen anderen Trick. Floppine hat das mal gemacht bei unserem letzten Run. Nee. Dann geht der Trick, den Floppine gemacht hat, scheinbar echt nur in der Remastered-Version, die gar nicht so schön ist. Okay. Okay. Ich schreibe mir das nochmal auf. Ich habe doch irgendwo einen Zettel. Bein. 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 Hüft. Hüft. Arm. Arm. Brust. Haha. Armbrust. Brust. Bein. Bein. Hüft. 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 Kopf. 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 Brust. Bein. Arm. Arm. Hüft. Brust. Hüft. Ok. Mal sehen. Als erstes brauchen wir das Bein hängt am Hüftknochen. Hüftknochen hängt am Armknochen. Der, da. Da durch. Dann Brust. Hängt am Bein. Bein hängt am Hüftknochen. Okay, Kopf hängt am Brust, dann kommt Bein, der da, okay, Kopf, Brust, Bein, Arm, Kopf, Brust, Bein, Arm, Kopf, Brust, Bein, Arm, der da, nee, okay, also nochmal, Bein, Hüft, drücken, Bein, Hüft, Arm, Brust, da, da, ah, Mist, also nochmal, Bein, Hüft, Bein, Hüft, Arm, Bein, Hüft, Arm, Brust, Bein, Hüfte, Kopf, da, Kopf, Brust, Bein, Arm, Kopf, Brust, Bein, der da, würde ich sagen, okay, Arm, Kopf, Brust, Hüfte, Arm, Kopf, Brust, der da, ja, okay, öffne, große Tür, das geht nicht auf, schauen wir an, massive Schlösser, selbst in einem Adventure Spiel gibt es keinerlei Möglichkeit, all diese Schlösser aufzukriegen, hm, geht zu Durchgang, das ist doch, hm, okay, das hat mir jetzt nicht viel gebracht, muss ich das jetzt echt wieder alles nochmal neu machen, geht zu Tunnel, Ah, da ist Wally, das sind schon echt coole Zeichnungen, Wally! Mr. Brush? Sind Sie das? Wie hängt sich's denn so? Sie finden das komisch! Sie haben mich aus meinem Büro entführt, haben mich in einen Kartoffelsack hergebracht, mich gefoltert und befragt, dann haben Sie, haben Sie, was, was? Dann haben Sie mir mein Monocle zwischendurch auch weggenommen! Aha. Die Karte, Wally, was ist mit der Karte? Oh, LeChak hat sie, aber das ist nicht schlimm! Nicht schlimm? Ja, ich habe sie auswendig gelernt! Die Insel ist Dinky Island, nicht weit weg von hier! Wenn Sie mich hier rausholen, klauen wir uns ein Boot und gehen dorthin! Ich muss noch was gestehen mit deinem Monocle. Dread hat es geklaut! Ich wusste es! Er war schon immer neidisch auf meinen intellektuellen Look! Könntest du bitte mit dem Schaukeln aufhören? Entschuldige! Okay, bleib hinten, ich brech die Tür auf! Wie? Sind Sie völlig blöde! Holen Sie den Schlüssel! Er hat ihn wahrscheinlich in seinem Büro! Ich hole dann mal diesen Schlüssel! Okidoki! Okay, was gibt es hier noch? Gefängniszelle? Nee, sonst ist jetzt nix! Durchgang Okay, laufen wir mal nach links! Und du musst jetzt wieder das Rätsel noch mal neu machen! Oh, ich hoffe nicht! Es sieht danach aus, dass wir das Rätsel noch mal neu machen müssen! Öffnet massive Schlösser! Benutze... Öffnet massive Schlösser! Benutze... Nadeln in massive Schlösser! Nadeln in massive Schlösser! Das sollte ich nicht festnageln! Schau an, große Tür! Das ist eine riesige Tür! Benutze Gruftschlüssel in massive Schlösser! Das klappt nicht! Benutze Schlüssel in massive Schlösser! Da wird das glaube ich nicht funktionieren! Wie ging das denn nochmal? Kleine Schlüssel in massive Schlösser? Das klappt so nicht! Ich glaube, Lago ist außerhalb der Reichweite! Dann gehen wir mal nach rechts hier! Ich kann mich grad nicht mehr so richtig erinnern, wie wir da hinkommen! Also wir müssen in Lechaks Büro! Aber ich weiß nicht mehr genau... Ne, das hat nichts gebracht! Dann würde ich sagen... Gefängniszelle! Benutze Schlüssel in... Gefängniszelle! Benutze Schlüssel in... Schlüsselloch! Da wird das glaube ich nicht funktionieren! Okay, benutze Gruftschlüssel in... Schlüsselloch! Klappt nicht! Benutze Kleinschlüssel in Schlüsselloch! Okay, wir brauchen echt einen richtigen Schlüssel! Ich hole den Schlüssel gefunden! Ach ja! Der Schlüssel! Hier war aber auch irgendwas, wo man noch interagieren konnte, glaube ich! Ich muss mich grad echt erinnern, wie man da reinkam! Was ist auch noch mal der Schlüssel? Nee... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er hat nicht gesagt, was er mit mir machen will. Mir fiel da nur ein kleiner Hocker ein. Schluck! Okay, aber da kommen wir wieder raus. Benutze Strohhalm mit grüner Drink. Junge! Das Zeug macht die Spucke schön dick. Jetzt spucken wir mal auf die Kerze. Hey! Pass mit der Spuckerei auf! Okay, dann spucken wir halt... ...auf die Pfanne. Hey! Pass mit deiner Spuckerei auf! Entschuldigung, Wall-E. Dann spucken wir doch mal auf die Pfanne. Hey! Pass mit deiner Spuckerei auf! Entschuldigung, Wall-E. Dann spucken wir doch auf den Schild. Und dann spucken wir doch mal auf die Pfanne. Dann spucken wir doch mal auf die Pfanne. Junge, das Zeug macht die Spucke schön dick. Dann spucken wir doch mal auf das Rad des Todes. Das hat nichts gebracht. Dann halt auf. Den Schild? Jetzt. Was geht hier vor? Largo! Mach die Kerzen wieder an! Guybrush ist entkommen! Finde ihn! Ha! Ich wette, der Chuck ist jetzt ziemlich geschockt. Genau! Hey, Wall-E. Ja? Kannst du als Kartograf mir sagen, wo wir sind? Schwer zu sagen! Benutze Streichhölzer. Heiliger Stinktierschweiß! Aua! Aua! Teil 4 Dinky Island Wenige Stunden später Wir stehen mal auf und nehmen die Flasche, die da ist. Ach, zum Teufel mit euch! Wir machen eine Karte und reißen sie in vier Teile. Braak! Braak! Und da ist Hermann! Hermann Tufrod! Rede mit Hermann! Hermann Tufrod! Was machst du denn hier? Oh, hallo! Ich habe auf dich gewartet! Was soll das heißen? Du hast auf mich gewartet! Unsere Begegnung findet jetzt im letzten Augenblick meiner Existenz bis jetzt statt! Ha, ha, ha! Alles andere war nur ein Vorspiel auf dieses Ereignis! Ha, ha, ja! Ja? Sagst du jetzt immer solche Sachen? Nichts, was ich sage, ist immer das Gleiche. Aber alles ist gleichgesagt. Ha, 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 ha! Willst du damit sagen, dein ganzes Leben sei auf diese Begegnung ausgerichtet? Deines auch! Aber merke, auch dieser Augenblick ist vergangen! Nun ist unsere Begegnung nicht mehr als ein weiterer Stein auf dem Weg zu den Dingen, die doch kommen! Ha, 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 ha! Was machst du denn hier? Ich lerne hier, äh, ich, 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 ich lehre hier Philosophie! Hier, am Strand! Dieser Ort ist besser als ein Kloster in Tibet! Hier kann ich wenigstens zwischendurch surfen gehen! Was für eine Art von Philosophie! Neo-existen-, existenzialistische, kartesischer, neo-existenzialistische, der Schlager auf allen Cocktailpartys dieses Jahr! Neo-existenzialistischer, kartonischer, äh, blub! Wie viele Studenten hast du zurzeit? Nun, ähm, äh, 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 zurzeit doch keinen einzigen! Aber sobald sich rumspricht, dass ein Guru an einem solch wunderbaren Ort seine Lehren hält, Muss ich viele Leute abwimmeln? Hä, hä, ja. Kannst du mir irgendwas über Philosophie beibringen? Okay, hier ist ein Zen-Koan für dich. Ein was? Ein philosophisches Puzzle. Wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand in der Nähe ist, um es zu hören, welche Farbe hat dann der Baum? Braun? Nicht ganz. Blau? Nicht doch. Waldgrün? Nicht doch. Rot? Leider falsch. Cyan? Nein. Lavendel? Nicht ganz. Magenta? Leider falsch. Purpur? Nö. Aquamarine? Leider falsch. Beige? Nein. Gebranntes Sienna? Nicht doch. Umbra? Nicht doch. Sepia? Nicht ganz. Haselnuss? Haselnuss? Zinnoberrot? Leider falsch. Orchidee? Leider falsch. Türkis? Nicht doch. Pfirsich? Nicht ganz. Pflaume? Pflaume? Nicht ganz. Auberginen? Nein. Tee schwarz? Eh, ter schwarz? Nicht doch. Alarmgelb? Nicht doch. Weinrot? Nein. Schiefergrau? Nicht doch. Rauchgrau? Nein. Ziegelrot? Nö. Koralle? Nö. Vanille? Nicht doch. Kirsch? Nein. Pink? Leider falsch. Himbeere? Nicht doch. Charmoire? Nö. Spargelgelb? Leider falsch. Johannisbeere? Nein. Olivgrün? Nicht ganz. Eierschalenweiß? Nein. Tarngrün? Nicht ganz. Orange? Nicht doch. Dottergelb? Nein. Sturmgrau? Leider falsch. Abendrot? Leider falsch. Creme? Leider falsch. Gold? Leider falsch. Metallicblau? Nö. Weiß? Nö. Bronze? Nicht ganz. Aschgrau? Nö. Rostow? Nicht doch. Bernstein? Leider falsch. Leider falsch. Meckintoshgrau? Nein. RGB? Leider falsch. Eiche? Nee. Nicht doch. Sashimigrün? Auch nicht. Nö. Ebenholz? Nö. Elfenbein? Nicht ganz. Menthol? Menthol? Nein. Sahara? Leider falsch. Lachs? Nein. Ochsenblut? Nö. Kaki? Nicht ganz. Fuchsia? Nicht ganz. Mattschwarz? Nein. Curry? Nö. Himmelblau? Nicht ganz. Kupfer? Nein. Verwittertes Zinn? Nö. Indigo? Leider falsch. Burgund? Leider falsch. Leider falsch. Leuchtstift Orange? Nicht ganz. Cadmiumweiß? Leider falsch. Königsblau? Leider falsch. Infrarot? Nö. Ultraviolett? Leider falsch. Tiefes Purpur? Nein. Ockergelb? Nicht ganz. Rost? Nicht doch. Cornflake? Nein. Alle gleichzeitig? Genau. Alles, was du durch dieses Erlebnis gelernt hast. Dass Philosophie für mich reine Zeitverschwendung ist. Ich bin tief beeindruckt. Die meisten Leute brauchen Jahre, um das zu erkennen. Du hast alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Gehe mit Zuversicht in die Welt. Und keine Angst. Dieser Kurs war umsonst. Wow. Das hat sich voll gelohnt. Und war auch gar keine Folter. Für mich und für euch. Darum, um euch von dieser Folter zu erholen, würde ich sagen, wir machen jetzt einen Schnitt und sehen uns in der nächsten Folge. Bei alter Frische. Ja. Und denkt immer dran. Alle zusammen. Tschuhu.